Herzlich Willkommen bei Z120B auf TV. Ja, vorhin schon angesprochen. Wobei vorhin ist gut. Ihr werdet das andere Video wahrscheinlich später sehen. Auf jeden Fall Großbohrgerät auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Ist mir jetzt auch nicht klar, was hier gebaut wird. Aber wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!